Ich muss jetzt... Achso, ich muss erstmal eine Mission auswählen. Wäre, glaube ich, mal ganz gut. Nehmen Einsatz und nehmen Einsatz. Machen wir den hier. Yo, kümmere mich drum. Aber ich frage mich gerade, wie lange dieses Tutorial nochmal ging. Weil ich wollte ja noch einen Kumpel aufnehmen. Der wartet noch gerade auf TS. Ja, der wartet immer noch auf TS. Ich sehe es gerade noch. Ich will ihn jetzt nicht so lange warten lassen. Ich fände mich mal ein bisschen ein, weil das gerade mit dem Audio, das war schon wieder so ein paar Minuten, die ich aber gerade verschwendet habe. Ich wollte einfach mal hören, was das zu quatschen hat. Nein, das ist, glaube ich, auch nicht Faster, ne? Ne, das ist auch nicht Faster. Schade, schade, schade. Oh, das spielt jetzt schon geil aus. Das spielt schon sehr, sehr geil aus. Genau das habe ich gesucht. Ach da! Fröst meine neue Waffe, ihr Big Wichser. Also, warte mal ganz kurz. Das muss kurz sein, danach können die wieder fressen. Und er da präzit am Schlüssel, würde ich mal behaupten. Das hat ihn einfach mal komplett überrascht. 6 EP, für was auch immer. Nice auf jeden Fall. Okay, der muss ich nicht lang. Rennen wir mal hier durch. Was ich mir eigentlich frage, aber ich kann mir ganz kurz gucken, ob ich eigentlich auch das Aussehen habe von dem anderen Charakter. Bei Aussehen? Hose? Ja, jetzt habe ich noch die Sachen von dem anderen Charakter. Ne, ach ne, das sind diese komischen Standarddinger. Aber ich habe ja schon so ein paar... Oh, ich sehe gerade meinen Charakter überhaupt nicht. Ähm. Kann ich das nicht ausdrücken? Könnte ich das nicht abrüsten? Ne. Wir machen einfach mal ein Makler-Outfit, ne? Weil ich habe ja hier schon so ein paar Sachen durch, ähm... Oh, wie habe ich die freigeschaltet gehabt? Oh, wie hatte ich die? Äh, durch Uplay. Genau, Uplay hieß das Ding. Da habe ich schon so ein paar Sachen freigeschaltet. Ich gehe jetzt einfach gerade mal... Ne, das sind doch die Sachen von dem anderen Charakter. Könnt ihr mir noch sagen, was ihr wollt? Das sind doch die Sachen von dem anderen Charakter, den ich habe. Ob man die hier auch mit denen auch bekommt? Wäre cool. Ich weiß hier gerade gar nichts. Okay. Ja, wir sehen komisch aus. Ich gucke mal ganz kurz aus, was jetzt nochmal besser ist. Wenn ich jetzt auf Aussehen gehe. Ja, guck mal, jetzt sieht man das schon viel besser. Erstmal eine andere Hose auf jeden Fall. Weil die sieht echt komisch aus. Wann eine Hose, die sieht geil aus? Die sieht auch geil aus. Die sieht geil aus, die nehmen wir, okay. Könnt ihr mir noch sagen, was ihr wollt? Das sind doch eindeutig die Sachen von dem anderen Charakter. Ich weiß nicht, warum ich ansonsten jetzt schon diese geilen Sachen habe. Wir nehmen die auf jeden Fall. Ein Halstuch. Ja, nehmen wir mal gleich mal ein fesches Halstuch. Hier sind nicht so die coolen Sachen drin, ne? Also, wir wollen natürlich auch schon richtig Fashion unterwegs sein. Behalten wir mal das Ding, ne? Behalten wir erstmal das Ding. Dann nehme ich noch eine Jacke oder nehme ich keine Jacke. Weil ohne Jacke sah das auch ziemlich cool aus. Aber ich meine, gut, es ist ja Winter, ne? Eigentlich wäre es schon am besten, wenn ich da auch mal eine Jacke drin habe. Ich gucke mal jetzt mal, welche Jacke wir so alles haben, ne? Nein. Ein Sakko. Nö, kein Bock. Nö. Nö. Ja, ja, eindeutig. Eindeutig. Ja, ich habe noch die ganzen Sachen von der anderen. Oh ja. Oh ja, die hatte ich auf einem anderen Charakter immer sehr gerne angehabt. Nehme ich die jetzt auch wieder? Nehme ich die jetzt auch wieder? Ähm. Ja. Ja, ich behalte die. Ja, 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 ja. Ich nehme die. Ich nehme die. Hüte. Nice. Genau. Ähm. Was könnte man dazu nehmen? Oh, ich meine, ich mache hier schon wieder Fashion, ne? Ich wollte eigentlich nur ganz schnell durch, durch, durch. Warum mache ich das jetzt überhaupt? Warum mache ich das? Ich kann nicht aufhören. Ich kann einfach nicht aufhören. Äh. Ähm. Scheiße, holen wir jetzt die hier? Aus Rainbow Six müssen die sogar sein. Oh, Leute, jetzt sehen wir von Fashion aus. Ich schaue mal ganz kurz hier im Spiegel. Neat. Rainbow, ja. Ja, eindeutig vom Rainbow Six Siege, das Ding. Das kann man nämlich freistellen in irgendeine Anrichtung. Ich gehe mal kurz rückwärts. Ich muss mal ganz kurz kratzen. So, weiter geht's. Äh, ich hatte ja ganz kurz was am Auge. Weil wir haben ja heute auch schon noch Smite aufgenommen gehabt, im ganzen Tag. Yeah. Na, wir sind schon dezent. Cooler Haus. Aber ich fasse auch nicht mit der Jacke. Ist ein bisschen ungewohnt, weil ich die auch schon länger nicht mehr anhatte. First World Problems. Ich gehe, ich weiß, alles geht bach runter, aber ich achte erst mal schön auf Fashion. Da ist die Vorratskiste geortet. Läuft. Wo sind die verdammten Verostatiker? Die, was? Ähm, erst mal hier in Deckung. Und Feuer öffnen. Und er hat er präzit, natürlich am Stüssel. Auf ihn. Den auch. Ich weiß gar nicht, warum das eigentlich mit dem Auge das tut. Ich glaube, mit dem Controller wäre ein bisschen besser, aber es geht ja noch. Also, ich denke jetzt mal nicht, dass ich jetzt gerade... Hallo? Er geht da... Achso, jetzt geht er rüber, komischerweise. Vorher ging es nicht. Ich glaube, mit Maus und Tastatur würde ich auch nicht so schlecht mehr. Ich habe ja jetzt in den letzten Tagen nur noch PC gespielt. Ich bin ja nicht selten an der Konsolen online. Mir fällt auch gerade ein. Warum nimmt jetzt eigentlich das auf und nicht Black Ops 3? Okay, ich freue mich auf euch. Ferrekki! Ey, irgendein Typ ist online sich gerade oben. Ach, sie waren gar nicht in der Aufnahme. Top. Das ist natürlich top. Dass er wirklich nur das Fenster aufnimmt und nicht die ganzen Meldungen, die an der Seite noch kriege. Oh! Ich weiß gar nicht, wenn wir in den Nahkampf gehen. Ich schieße sie nicht. Nachladen! Ey, wo rennt er hin? Wo rennst du hin, Bitch? Da kommen die nächsten. Shit. Dauerfeuer aktivieren. Das war's für ihn. Nachladen! Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Nice. Dank meinen krassen Moves haben sie mich fast gar nicht getroffen. Wie heißt, ich kriege sogar Sachen, die schlechter sind als meine Standardwaffen. Ey, willst du mich ficken spielen? Wieso ist denn noch mehr? Ach, da ist noch eine! Schieße rein! Läuft. Läuft. Mir tut's leid für euch, weil ich euch nicht alle umbringen muss. Ihr hättet mir auch dienen können, ihr Hobbygangster. Aber nein. Ihr wollt ja unbedingt sterben. Ist ja kein Problem für mich. Oh, ist gleich zu Ende. Na komm nachher. Euch schaffe ich auch noch. Halt Ihnen in den Rücken. Bestätigt. Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit. Das freut mich. Komm her. Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Nice. Gute Arbeit, Agent. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Klasse gekämpft da draußen. Dankeschön. Hab ich gern gemacht. Fast. So, und was jetzt? Ach, er muss ja die nächste Mission wieder auswählen. Wir haben ja jetzt noch hier Oma. Nein, Freund? Ja, guck mal. Da oben ist er. Agent. Wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen Sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Abgehoben. Da ist es natürlich abgehoben. Machen wir die direkt mal fertig. Wo sind die jetzt reingekommen? Von hier? Ah, ich glaube, war das von hier? Ja, das muss, das war hier unten. Ich weiß auf jeden Fall, dass man hier unten rein muss. Das weiß ich noch. Ist das jetzt wahr? Ja, ja, ja. Ja, ja. Müsste sein, ne? Nein? Was? Wo muss der lang? Hier ist es markiert. Hier muss ich irgendwo runter. Ich geh mal einfach rüber. Okay. Okay. Ah, ich muss jetzt mal aufmachen. Schlau, 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 schlau. Hey, damit hätte ich rechnen müssen. Ich werde jetzt mal ganz kurz auch keine neuen Waffen ausrüsten und alles werde ich nachher machen, wenn wir durch sind. Ähm, mit der kurzen Aufnahme hier, damit ich mit einem Kumpel spielen kann und wir zusammen aufnehmen können. Werde mich jetzt selber mal ein bisschen beeilen. Und die gehen dann jetzt ganz schnell über den Haufen schießen. Ah, ich wollte gerade sagen, ich habe doch auf der falschen Seite durchgegammelt und wieder rüber müsste. So, hier. Da. Komm schon, Leute. Komm schon, Bro. Wo sind denn hier Feinde? Achtung. Ja, tut mir auch leid für dich, Digga. Nices Movement. Oh, der nächste. Wie nennst du mich, Bitch? Ja, ich freue mich schon, wenn ich mit dem Kumpel der Dark Zone aufnehme irgendwann. War das bestimmt geil. Das haben Sie sehr gut gemacht, Agent. Hab ich gern gemacht? Ja, vielen Dank. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Warten Sie mal Hilfe. Sagen Sie Bescheid. Yo, mache ich. Gebe ich euch eine Waffe in der Hand, dann könnt ihr mir mal helfen. Ich glaube, das wird nix. Ich glaube, das wird nix mit den Mails. So. Wo ging es hier wieder zurück? Ich habe keinen Bock, da jetzt den langen Weg wieder runter zu gehen. Kommt man hier nicht auch irgendwo von der Seite raus oder so? Hey, kommt schon. Ich habe keinen Bock, jetzt den langen Weg wieder runter zu gehen. Oh, ich muss da irgendwo einen anderen Ausgang geben. Vielleicht hier? Nein. Oh, hier liegt was. Nehmen wir mal mit. Vielleicht, dass es irgendwie Medizin... Ja. Medizin, nicht wahr? Kann ich nicht aufsammeln. Ich hasse sowas. Ich hasse, wenn du Sachen kriegst, wenn du die nicht aufsammeln kannst. Ist für den Arsch. Ist einfach für den Arsch. Ähm. Ich glaube, wir müssen den langen Weg gehen, Leute. Ich glaube, wir müssen den langen Weg gehen. Mag ich mal kurz das nächste Ziel? Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Vielen Dank für all die Leben, die Sie gerettet haben. Kommt man hier vorbei. Wir haben hier was für Sie. Da ist natürlich offensichtlich, dass man hier oben langen muss, ne? Ist natürlich offensichtlich. Gehen wir aber beiseite hier. Mann, geht doch mal weg. So, und jetzt werdet ihr beiden von irgendjemandem überfallen. Könnte ich wetten. Die werden sowas von nicht zu Hause, nicht leben zu Hause ankommen. Was sag ich denn hier? Ist hier gerade oben auf der Karte, dass hier noch irgendwas ist. Da. Öffnen. Äh, ja, nehmen wir mal alles mit. Oh, das Spiel sieht schon echt sehr geil aus. Ich hoffe, die Aufnahmen sind ja auch 60 FPS. Wäre scheiße, wenn es einer das wäre. Wäre echt scheiße. Wie gesagt, dann werde ich erstmal gucken, dass ich noch eine zweite Festplatte rankriege. Sonst würde ich dann erst mal da aufzutifischend aufnehmen. Ich weiß auch gar nicht, wann die vollkommen kommen. Also ich nehme das jetzt gerade am... Ich weiß nicht, was für ein Datum heute ist. Ich glaube, der 11. ist heute. Ich glaube, der 11. Juni. Mal gucken, wann das online kommt. Ich würde es erst dann hochladen, wenn ich eine Menge vollen, ähm, petto habe. Dann bin ich halt auch ein bisschen zurück... Damit das halt so ein Projekt ist, was ich auch irgendwann mal am Stück hochladen kann. Ich würde es auch sehr gerne mal vorproduzieren. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Würde ich einfach mal sehr gerne mal machen. Kann ich mich so ein bisschen zurücklehnen, wie ich die Sachen hochlade? Oh, das wäre echt schön. Na, komm schon. Eigentlich kann ich eh nicht jeden Tag aufnehmen, weil ich noch arbeiten muss. Und außerdem ist es momentan so warm. Ganz ehrlich, wenn ich mir das Spiel angucke, Ich freue mich so auf den Winter. Ich freue mich so unnormal auf den Winter. Es ist einfach so scheiße warm hier gerade. Achso, das ist nur der Scan, den ich momentan habe. Ach ja, das stimmt ja. Ich habe ja nur einen Scan. Das ist ja erst später ein Heal. Geil. Einen Scan habe ich wirklich gebraucht. Na, komm schon. Hier rüber. Ich bin wieder da. Ja, ich freue mich auch, euch wieder zu sehen, ihr Affen. So, erst mal. Ach, scheiße. Ich mache das jetzt nochmal. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hier in Waffen. Ich habe eine Pumpgun oder andere MP. Okay. Müll. Ich habe hier eine Pistole. Oh, die ist besser. Nice. Hier habe ich ein Ding. Besser ausrüsten. Komm, wenn ich den noch einfach durchspiele, weil ich einfach schon komplett, äh, ganz mega quip habe. Oh, ich habe Mods. Ich könnte damit meine Waffen modden. Später. Später. So, jetzt mal hier wieder ran. Komm her, Bro. Fantastische Arbeit, Agent. Sie haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor es überkochen konnte. Wir alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. Das ist echt abendsinnig, Bro. So, ja, müssen wir jetzt schon wieder raus? Bin ich echt nur hergekommen? Fließe Sie sich kein bisschen? Agent, wir haben gerade einen Notruf aus einem lokalen Polizeirevier erhalten, das wir als Verteilzentrum nutzen. Es wird von Plünderern angegriffen, die offensichtlich Geiseln gegen Medikamente eintauschen wollen. Sie müssen dorthin die Gefahr ausschalten und alle Geiseln befreien. Bin auf dem Weg. Bin sowas von auf dem Weg. Ah, ich glaube, mit der Pistole kämpfe ich mal lieber nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich könnte natürlich mit der Pistole ganz easy kämpfen. Ich bin natürlich ein richtiger Pistolen-Pro. Hier, das ist das Einzige, was mich an der Division... Muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen abfuckt. Du hast sehr lange Wege, bei denen du rennen musst. Du rennst hier einfach die ganze Zeit durch eine Stadt. Ich muss sagen, die Grafik ist geil. Ja, die Umgebung ist sehr, sehr geil. Vor allem, das Feeling ist mega. Aber... Wow, das ist aber laut. Das ist definitiv laut. Aber du hast einfach hier so eine langen Wege. Ich habe auch schon mit dem Kumpel drüber geredet, mal vielleicht ein Motorrad hier. Das ist ja geil, ein Motorrad. Also natürlich auch im Mensch, im Mensch hier alles, die ganze Stimmung zerstören. Weil, guck mal, hier alles kaputt. Atmo, Apokalypse, now. So nach dem Motto. Ein Motorrad wäre echt sehr geil. Agenten finden und Schwierigkeitsstufe festlegen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das alleine hinkriege. Machen wir auch alleine. Agent, bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle. Verlieren wir es. Verlieren wir Brooklyn. Jetzt werden wir hier mal nicht überdramatisch. Ja, komm schon. Ja, dann. Feuer öffnen. Hab ihn. Komm schon, schieß. Nice. Wir haben Bewegungen auf dem Dach. Ich glaube, die haben Granaten. Ja, was? Jetzt nicht mehr. Doch, der hat nur eine Granate. Shit. Danach. Feuer öffnen. Nax, hab ihn. Checkpoint.